Derjenige, der die schlechtere Box hat, bekommt gar nichts. Der Gewinner bekommt alles. Wäre dabei UCL Light Battle. Wer entscheidet, wer die bessere Box hat? Der Shit. Der Shit entscheidet, wer die bessere Box hat. Per Abstimmung. So, Mainstream, deine Box. Also, die kleben ja. Eggestein. Hilfe. Gedeon Jung, hincapi. Und die erste ist Palacios. Wenn man verliert, hat man einfach über 100. Ja, wenn man verliert, dann ist es richtig belastend. Also bis jetzt haben wir es auch nur mit Bayern Boxen gemacht. Aber heute spontan jetzt mit einer Stadium Club. Es ist 0 Uhr. Wollen wir was sehen? Malte, mein Freund. Was habt ihr da für eine Gruppe? Wer ist denn da alles drin? Das spricht sich herum wie... Giosgalli, Ortega, Flo Wütz. Da kommt eine Grüne. Und ein Rehwiger. Und ein Gio Wainer. Gio Wainer 175, schon nicht verkehrt. Achso, ich brauche Dings. Die Gruppe nennt sich TTC Discord. Wie? Und wo kommentiert ihr das da? Rehwiger ist halt auch geil, ne? In deinem Channel. Und wer hat angefangen, dass ich hier um 0 Uhr Dings öffne? Dennis hat mich schon zu einer... Ich hab gar nichts überredet. Du bist selber süchtig. Leveling, Kevin Vogt. Und... Jonas Hofmann zu 99. Marina war als erstes da? Marina, Marina. Marina. Na na, warte mal. Da gibt's doch auch von... Marina? Ist das nicht von Hans Hinterseer? Marina kenn ich doch. Puh. Eine Stunde haben wir noch. Niklas Stark. Das ist ein goldener Julian Green zu 50. So, Marina. Nur für dich. Oh, herrlich. Und Florian Neuhaus noch als Reflektor. Erling Haaland. Forsberg. Modest. Knoche und... Oh nein, ist einfach nur Wave. Riccardo Pepe Wave ist aber trotzdem auch gut. Dennis, du solltest noch einen vertrauenswürdigen Gegner kennen. Dann würde ich auch ein Bundesliga Battle machen. Florian. Ähm. Ein vertrauenswürdiger Gegner. Ich guck schief. Ich schiele Shiku an. Ich schiele Shiku an. Aber ihr müsst euch das bewusst sein. Wenn ihr verliert, dann habt ihr nix. Joe Scully auch gut. Marina. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Lucas Hernandez. Green Electric Wild zu 175. Hab bisher beide Battle verloren. Bin so raus. Ah, Shiko. Shiko. Dann musst du doch Tactics machen. Ich finde geil, dass ich nicht der Einzige bin, der so süchtig ist. Warum hast du denn gedacht, dass du der Einzige bist, der süchtig ist? Ein Tomatz. Ein Tomatz als Refractor. Also, was kommt jetzt? Ne, äh. Das Lehm-Tanz-Sitake. Da bin ich dann auch mal wieder raus. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. So, welchen Song hier? Jetzt müsst ihr mir was sagen. Ihr müsst mir was sagen. Schneller. Ihr müsst mir was sagen. Hilfe. Das ist so ruhig hier. Keine Musik. Dani Olmo. MDMA. Nee, nee, nee. MDMA. Nee, 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 nee. Major Tom. Max Kuse. Und Orel Mangala. Beinhard. Was war denn Beinhard? Sagt mir auch was. Beinhard Singletor. Torfrock. Ah, da hat's Klack gemacht. Natürlich kenne ich das. Das kann aber auch wieder nur von RKO kommen, ne? David Raum und Line-Oner. Jonathan Schmid. Von Werner. Ja, ja. Die spielen unser Lied. Au, au. Was kommt da? Da glänzen zwei. Ne, doch nicht. Ich hab gedacht, oder? Ne, ne, ne. Es ist nur ein Andre. Hups. Andre Duda. Die hatten... Andre Duda hatten wir vorhin als Fünfer. Da kommt ne Pinke. Ne, ne, ne. Lila, ne. Nicht Pinke. Musa Diaby. Auch nicht so verkehrt. Aber so... Es sind alles nicht so schlechte Karten. Aber es sind alles halt hochnummeriert. Bis jetzt. Und das Autogramm fehlt ja auch noch. Oder? Ja, Julian Green bis jetzt 50er, aber... Wie Florian die ganze Zeit versucht, einen Battle Gegner zu finden. Riccardo Peppi als Autogramm wäre geil gewesen. Wehkost. Kevin Prinz. Duziak. Und ein Wehkost als Wave. Du, 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 du. Ab hier. Habe ich vielleicht noch die Chance auf eine Stadium Chrome Personal gleich? Das Stadium ist schwer. Da habe ich wirklich leider nicht viele. Michi. Oh, das war Bellingham, oder? Juhu. 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 Mainstream, mein Freund. 75er, Benningham ist schon eine Ansage. Aus meiner Sicht. Green, Yellow, Electrical. Also, eigentlich gerne Michi. Aber dadurch, dass ich Sonntag auch noch ein Pick Your Team machen möchte Lass uns gleich mal schauen Es ist 23.10 Uhr, 0 Uhr wollen wir sowieso reingehen in UCL Chrome Wieso kommt jedes Mal der Song danach? Wir steigern das Brutto-Zozialprodukt Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt Da waren wir, da waren wir Santiano leck Nee Au, 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 au Ein 299er Ömer Ein Bänger Nicht, ein Bänger reicht da nicht Der Matze Muss eigentlich ein bisschen lauter, ne? Und jetzt alle Erling Arland kommt, Autogramm Ah Au, 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 au Mainstream Refractor Dani Blum Ähm, mainstream Wenigstens das Lied ist gut, mainstream Verdammt, ich lieb dich Ich lieb dich nicht Verdammt, ich brauch dich Ich brauch dich nicht Ich will dich nicht Ich will dich nicht verlieren Taktics Wie viel ist an der Geschichte mit Piki und Shakira dran? Kann ich mir wieder die Chancen ausrechnen? Rechne mal die Chancen aus Ich glaub, die Chancen sind höher als du in One of One Arland siehst Äh, ich hab grad mal hier mein Ranking gemacht Ich würd Bellingham an 1 sehen Reiner an 2 Diaby 3 Rebiger danach Höhler Und dann halt irgendwie alle anderen Karten danach so ein bisschen Aber aus meiner Sicht ist der Bellingham zu 75 die beste Karte Dann Geo Reiner zu 175 Dann Diaby 299 Autogramm Höhler ist halt Standard Keine Nummerierung Ist halt schwer Aber wir warten jetzt erstmal ab Was in der Box von Petra und Jens ist So Jetzt kommt die Box Die Duellbox quasi Happy ist auch nicht verkehrt Ja, stimmt Ja, ja Oje Oju In meinem Zimmer liegt ne Leiche Scheiße Kann man mal laufen das, oder? Naja, hast recht, äh, André Die Peppy ist auch nicht so verkehrt Aber gucken wir uns gleich nochmal an Nachdem Vielleicht kommt ja hier Nen dicken Banger wo Ja Random Bulli mach ich heute nicht mehr Michi Äh, Micha Random Bulli mach ich heute nicht mehr Es ist ja gleich 0 Uhr Es ist ja gleich 0 Uhr Eins von 36 Ne Uje Und glaube ich Dann Peppy zu treffen ist Voll, okay Ja Eins von 36 Peppy ist Ja, ist in Ordnung Und Plaxta und Petra starten Mit nem Saverschlager 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 Zu 175 Lukas Tussar With Vector Plaxa Singt Malta auch schon wieder mit, oder? So, was kommt hier schon wieder? Ich seh die ganze Zeit Bling, 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 blong Was ist denn das hier? Farschat, mein Freund Hast du Bock auf ne Bayernbox, oder was? Das seh ich doch direkt Da sitzt einfach jemand Vor dem Stream Und hofft, dass die Box Richtig mies ist Würde ich genauso machen Ich sag's dir so wie es ist Tactics Ich sag's dir so wie es ist Fonzie Davis Ich sag's dir so wie es ist Auch wieder Keine Ahnung Wochenende hinsetzen Vielleicht jetzt dieses Wochenende Ist weniger los bei mir Äh Die Playlist Muss man auch Da müssen ganz viele neue Da müssen ganz viele neue Lieder rein Jude Bellingham Ich sag's nur So wie es ist Die hatten wir schon heute Als Autogramm gezogen Aber ist jetzt auch nicht Verkehrt Christopher Trimmel Puh Plaksda Rebiger 75 Würde ich jetzt nicht auf Augenhöhe Mit Bellingham 75 Sagen Aber schon 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 big Also schon gut Big ist jetzt vielleicht zu viel Aber Schon stabil Das wird ein klassisches Unentschieden Passt auf Es sei denn das Autogramm Wenn das Autogramm hier richtig reinknallt Bei Plaksda Fabian Kloos Refrector Das Autogramm war halt kacke Bei Mainstream Der schwimmt gerade auch Warum Auch immer so im halben Jahr Das ist Geisteskrank ist das Und da kommt wieder eine Ja Aber Ortega Würde ich jetzt hinter Riccardo Peppi einreihen Die Leute haben gewettet Es muss einen Sieger geben Sternenhimmel Ich lass einfach Autoplay laufen Und sang Tschüss zu 199 Dennis treffen wir uns morgen früh um 8.30 Uhr bei Kick Sternenhimmel 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 Oh Dominic Core Refrector Wieder ein seitlicher Sidney Rebiger Zum zweiten Wees Oxford Ich glaube das Autogramm entscheidet Das Autogramm entscheidet hier Sternenhimmel Oh 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 Stell euch mal vor Es kommt jetzt einfach Haaland Autogramm Ich würde nicht mehr sitzen bleiben Oh Zu zehnt Ah Mainstream Das ist brutal Alleine die normalen Karten sind ja schon sehr sehr selten Und das ist ein André Silber Bundesliga Stars zu zehnt Mainstream wurde ins Loch katapultiert Mainstream wurde ins Loch katapultiert Und wir haben den Sieger in der rechten Ecke Jens Plakster Wir haben den Sieger Wir haben den Sieger in der rechten Ecke Technisches K.O. nach Zwölf Runden Plakster Schönes Ding Was ist das denn jetzt hier? Ne das muss ich mir jetzt auch nicht anhören Dida 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 Ne Lotusblume Die Flippers Jetzt geht's los hier Oh Wow Okay Jetzt drehen wir alle durch halbe stunde noch es fühlt sich so ein bisschen an wie fühlt sich ein bisschen an wie neuer silvester nee oder ne man kann normal unten baumgartner normal und dann läuft blume hat nicht hat nicht vorhin jemand gesagt jetzt fehlen nur noch die flippers und jetzt kommt hier spotify-algorithmus kurz powernap gemacht purple marton wird gesleeved brannmir juggotta mainstream wurde ausgenockt verständlicherweise das hast jetzt zehn minuten für ne box gebraucht da ist noch ein 3er random team drin so Ich glaube dir. Glaub ich dir. Ah, nee. Aber es ist ein 99er. Aber auch nicht viel besser. Brandimi Higurta 99. Gräuter Föth. Ei, 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 ei. Also beide Autogramme waren eigentlich scheiße. Boah, der ist geil. Aber Mainstream, ich denke, du wirst der gleichen Meinung sein, dass alleine diese Karte halt der Matchwinner ist. Diese Karte entscheidet. Die 10er Andris Silber. Wenn die nicht dabei gewesen wäre, wäre es glaube ich ein enges Duell, weil auch die Numbers waren jetzt alle nicht so. Außer halt ein Rehwiger. Ja, von den Numbers her, sage ich sogar ehrlich, hast du von der Vielzahl her die Besseren. Jetzt nicht mehr, weil das sind jetzt alles Plaxtas. Huch. Ei, 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 ei. Ja, Glückwunsch an Plaxtas. Glückwunsch an Plaxtas. Also Silber ist jetzt nicht so geil, finde ich, aber um es dir zu erklären, das ist alleine schon in jeder, in jeder sechsten Box sind die Normalen drin und das ist eine Andris Silber zu 10. Das ist halt, ja. Andris Silber weiß nicht, äh, hier, ähm, Mainstream. Die sind allein in jedem sechsten, in jeder sechsten, siebten Box sind die Normalen drin. Ja. 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 Wie immer ist der glückliche Plaxta. Also wie, fast immer. Zack. Ja, ja, es ist ja Paul. Das liegt ja auf der Hand. Das liegt ja auf der Hand.